Ja, servus und hallo, Freunde des guten Ja, servus und hallo, Freunde des guten Gamings. Willkommen zurück bei Radioaktiv Gaming zu einer neuen Folge Blade Runner. Ja, mit Old Gamma Muska und Ivan, der schreckliche. Nein, der schnucklige. Ja, der schnucklige. Wir sind jetzt gerade hier in unserem Apartment. Ja. Und ich habe vorgeschlagen, wir gehen mal eine Runde pennen. Genau. Du hast sogar einen Erfolg gebracht. Ja. Man, da ist auch wieder so jemand, den ich kennen könnte. Oder kenne. Der dicke. Ja. Ja. Wow. Kenne Insider. Ja. 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 Hallo? Ja, wir haben einen weiteren Auftrag bekommen. Ja, ein neuer Mordfall. Ja, aber diesmal kein Animal-Mord. Naja, ob das ja was mit dem Tier-Mord zusammenhängt? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wollen wir nicht auch so eine Carrera haben? Wenn es so was geben würde. Ah, siehst du? Unsere Karte hat sich aktualisiert. Ah ja, genau. Hier ist das Tyrell-Gebäude. Wer den Film gesehen hat, dem wird das bekannt vorkommen. Mccoy, LPD. Mccoy, LPD. Just a minute. Where do I go? Grob test on the east wing, 66th floor. Here's the footage from the security cameras. You get a pretty good look at the man's face. How'd he get past you guys? He pretended to be a delivery man. Dr. Eisenduller ordered in a lot, so it didn't seem unusual. I may have more questions for you later on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So. Schwerkraft kraft vorschoten. Mhm. Ah, da ist doch was. The earring was shaped like an insect. I didn't know much about jewelry, but it looked like junk to me, like the cheap crap sold at the stands and shops of Anemoid Row. It was a Tyrell sales brochure for the Nexus series. The kind of glossy hype that ends up littering the floor at trade shows. This one was for the new entertainment model. A comedian designed to entertain the troops off-world. Give us me a line. Jesus. Hey. I've seen worse, but not by much. Learned anything? You could strain him through a sieve. What? Hmm. This earring yours? Maybe it belonged to that other cop who was up here. The babe with the shades and the cigarettes. Ain't her style. Call her babe to her face, you're liable to end up with a severe limp. You spawn anything you think I ought to know about, tell me. Absolutely. Absolutely. Yeah, exactly. A few photos. The dog collar has a name on it. Ricky, maybe? Ricky? I'd seen more dead animals than live ones in the last 24 hours. And now it was dogs. Three of them. I thought about Maggie and nearly threw up. Oh. Oh. Obviously he'd been killed with an explosive. And not just because he'd been plastered on the wall with a thousand strokes. The detonator wire I pulled out of his skull told the whole story. The killer was an expert. The charge had been big enough to do the job, but not big enough to shatter the soundproof walls of the float chamber. But I wondered why the killer didn't just shoot him. Disgusting. Widerlich. Ah, there's also another one. A takeout box from Kingston Kitchens. Someone had tried to access a bunch of protected files on the Tyrell network, but failed. Not just once, but a dozen times. Tyrell engineers might forget their passwords, but what would the GravLab boys need with replicant DNA sequences and incept dates? Isendallar had used his dog's name as a password. The Tyrell brass wouldn't be too happy if they knew I was snagging a copy of their files. But someone had wanted them bad enough to kill Isendallar. So I figured they must be worth having. Olga Bamushka. Ja. Ohne Witz. Guza didn't say anything about me working with a partner. Oh, in a pig's ass, Slim. No. I'm following up on my own. Could be it's linked to this Tyrell debacle. How's yours connected to mine? I'm still fitting the pieces together. You know the moon bus massacre that went down last month? Gaff mentioned something about it. The rogue skin jaws probably flew to earth. And one of them is a demolitions expert. Similar emoji or Vic upstairs. Hell of a coincidence. I'll call you if I find out anything more about your case. Und weg ist sie. Ja, du bist auf den Arsch glotzen. Ja, immer. Aber die sieht das ja. Ja, wie hat sie gesagt, du brauchst nur zu fragen. Ja und dann ist sie dann dauernd. Es gibt ein Typ sein mit dem Eisenduiler? Ja, die meisten der Sieg von kommen. Malge und nachbien. Aber Marcus... Ich meine, Dr. Eisenduiler. Ich meine, Dr. Eisenduiler... Sie hat fast immer seine Firma verlassen. Ist er jemanden gefährdet? Ich glaube, es hat nichts mit dem Öl und die Phäten. Ich habe ihn immer mit dem Ernst. Und die Blöden. Ich habe ihn darüber gehört. Was sein Job war? Grav Test Chief Engineer. Der Test läuft die Archivität nachher, wie ein Replicant erzeugt in unterschiedlichen Planetary-Grafikationen-Fields. Das ist das, was. Wenn die anderen Englieder sagen können Sie mehr wissen? Wissen Sie, wenn jemand ein Ehring verloren hat, wie dieser? Nicht einer der Arbeit, das ist sicher. Der Boss verletzt ein striktes Dress-Code hier. Wie ist Eisendeller's Moo-Moo? Ja, du kennst. Die Regierungen nur an den Lesser-Morten. Wie soll ich in den großen Boss sehen? Nichts, wenn er dich will. Okay, wie soll ich ihn sehen? Na, du kannst ihn seine persönliche Anführung. Wer ist? Ich weiß nicht, offhand. Ja, ich verstehe das Bild. Wissen Sie nichts über Tyrell's Computer System? Die Sicherheit ist als die Brüche, wenn das was du fragst. Niemand hat versucht, die Daten restriktiert aus dem Terminal in Dr. Eisendeller's Office. Aber sie konnten nicht in. Ja. Sieht so, dass Dr. Tyrell hält seine Filme sicher, dass er seine Arbeit bleibt. Ich habe noch mehr Fragen für Sie später. Ja, Herr. Okay. Weißt du, was wir jetzt machen? Nein. Jetzt fahren wir wieder zum Polizeirevier. Okay. Aber sie hat sich wieder was aktualisiert. Ah, ja. Diese Animoid-Allee. Aber wir fahren erst mal zum Polizeipräsidium, beziehungsweise wir fliegen. Mhm. Laborator. Keiner da. Keiner da! Hör auf! Wieso? So, paar Bilder wieder auswerten. The earring was shaped like an insect. I didn't know much about jewelry, but it looked like junk to me. Like the cheap crap sold at the stands and shops of Animoid Row. Give me a hard copy of that. A takeout box from Kingston Kitchens. Give me a hard copy of that. Kingston Kitchen. Hmm. Da kann man den Köter auch anzoomen. Ja, scheiße. So. Guck mal, da liegt ein Knochen. Mhm. Für unseren Hund. Hi, ich bin Ricky. The dog color has a name on it. Ricky, maybe? Give me a hard copy of that. Hm. Hm. War's das? Das hatten wir ja schon. Hm. The earring was shaped like an insect. I didn't know much about jewelry, but it looked like junk to me. Like the cheap crap sold at the stands and shops of Animoid Row. Hm. Vielleicht die Knarre. Ja. Ja. Nein. 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 Das geht nicht dann aus. Nein. Schaden. Nee, das war's. Mehr gibt's nicht. Denk ich mal. Hm. Übertragen. Übertragen. Ja. Sehr schön. Das wär auch erledigt. Ja. Macha. Guck, welches der Typ jetzt gesprächiger? Ja, vielleicht. You're Spencer Gregorian, right? No. I really think my lawyer should be here. Hm. I got some more questions for you. Tell me about your protest at Tyrell's plant. I already told that other detective everything. Under the rest. I want to know about the people who were there. The Rastafarian and the Asian guy with the sunglasses. I didn't know the Rastafarian. The Asian fellow was one of our ex-members. Izo was his name. How long did you know him for? Let's see. I met him about five years ago. He seemed so smart and balanced. He really wanted to help the replicant people. Then what? He started associating with the more militant factions. I was astounded when I heard he was supplying weapons to some of them. What kind of weapons? Guns so new that even the police had hardly used them, I heard. I got some more questions for you. A lot of people involved in your cause? Spencer? Yes, sir. We're growing fast. As more and more people realize that replicants have cognitive and emotional legitimacy, the citizens against replicant slavery will spearhead the movement towards... Save the pitch for someone who gives a shit. We're peaceful people, detective. We live by a code that men like you could never understand. Try me. Two centuries ago, humans were held in slavery. Brave souls formed an underground railroad. So, you help replicants escape the city. I'm talking figuratively, detective. Sure you are. We're not children, detective. We have resources. The world is changing. People are waking up to the injustices perpetrated by a sick society that you have helped... A lot of them will wake up dead if reps are allowed to run amok on Tara, jerk. I'm gonna give you a little test. The other detective? She already tested me earlier today. Uh-huh. Look, I gotta check out the equipment, and you're the only stiff around. I object to this treatment. If you'll just call my lawyer, he'll take care... Your lawyer would tell you I got the authority to VK the mayor if I want. And he'd have to smile and nod and kiss my butt until I cleared him. So sit down. Okay. Jetzt machen wir den Weltkampftest. Um zu sehen, ob der gute Mann menschlich oder Replikant ist. Juhu. Jaja. Reaktion-Time ist ein Faktor in diesem, also bitte pay attention. Wo leben Sie? 3. Sektor in der Stadt. Jetzt fragen dir ja auch nicht. Da sind wir sicher, immer mache ich sagen, Spencer. Ich würde das nicht machen. Das ringing die Brat maut fest, ist der Baum in der Atme nicht. Das sollte ich in der Grüfe einschliken sehen. Der Baum nicht zu tun. Aber du bist nicht dabei. Warum ist das? Du wunderschön! Ich will meinen Arbeiter sehen! Jetzt! Wenn ich fertig bin. Vielleicht. Vielleicht. Was ist das größte Schmerzende, was dir zu dir passiert? Ich habe das nicht. Aus dem Schmerz des Augen, du siehst eine große, schwarze Spide, auf die Wände. Ich würde auf die Wände kommen, natürlich. Ich würde es nicht versuchen, mich selbst zu bewegen. Nicht ohne die richtige Geräte. Du wunderschst ein Schmerz. Auf den Bänden, jemand hat eine alte Schmerz und einen Kurier und Ives Prints. Ein Gehirn ist auf dem Feuerplatz. Ein Polenstegger mit horen entwickelt. Ich gehe. Ich gehe. Du hast in der Armee getroffen. During a boot camp hazing you're bound, blindfolded and forced to eat worms. Hazing's illegal. Oh yeah, you're really worried about breaking the law. Wonder why I'm the one on this side of the bars. Civil disobedience has a long history in our world. So does genocide, but I ain't out butchering my neighbors. Your best friend has done something to make you angry. I wouldn't keep it bottled up inside. I'd tell her what was bothering me. Like my briefcase? Department issue. Baby hide. 100% genuine human baby hide. Appropriate. For a killer. You're giving a speech to a crowd of hundreds. First one person starts to laugh. He leans over and says something to the people around him. Soon the whole audience is roaring with laughter and pointing at you. That... that's insulting! Getting too close to home? That never happened. And even if it did, well, if I have to be scorned to get my message out, then that's what I'm going to do. Describe in single words only the good things that come into your mind about your mother. Patient. Brave. Loving. You're watching an old movie. It shows a banquet in progress. The guests are enjoying raw oysters. The entree consists of boiled dog. And this test is supposed to determine if the subject is a replicant? Is that an answer? Even a replicant would react to these questions. Yes. But slowly. And not as strongly. Test terminated. That's all. You keep in busy, pal. Please leave me alone. My migraine is acting off. Also, we have a migraine. Yeah. But I see, it's time for the episode to end. So we do this now. Yeah. Give the video a like. Yeah. Check us a thumbs up. Yeah. And we'll see you in the next episode from Blade Runner. Here at Radioactive Gaming. Und Olga Mamuschka und ich verabschieden uns und sagen Tschüssi. Ciao.